Jeder ist am Flexen auf Social Media, aber wer zeigt dir einen Weg, wie du wirklich Geld verdienen kannst, die ersten 1.000 bis 5.000 Euro pro Monat und zwar ohne, dass du ein eigenes Geschäftsmodell brauchst, eine fette Investition brauchst, Adspend hast, Dropshipping machen musst, ein eigenes Produkt brauchst und so weiter und so fort und wer zeigt dir was, was nicht nur jetzt funktioniert, was auch nicht nur die nächsten 1, 2, 3 Jahre funktioniert, sondern wer zeigt dir was, was die letzten 10.000 Jahre funktioniert hat und was auch die nächsten 10.000 Jahre zu 100% funktionieren wird und nicht von AI oder von irgendwas ersetzt wird. Also hier oben in der Bio, da hast du den Link, check das dort oben ab, da wird dir erklärt, wie du 1 bis 5K pro Woche verdienen kannst.